Wie komm ich denn da hoch? Bin ich blöd? Das nervt mich gerade echt zufällig ohne Musik, ne? Aber ich kann leider nichts machen, Alter. Hinterher wird wieder das Video gesperrt oder was auch immer. Da hätte ich gar keinen Bock drauf. Oh cool, Fokus-Boost. Jetzt mal im Ernst, wie komm ich denn da hoch? Ich hätte ja gedacht, irgendwie hier jetzt, aber anscheinend ja, mal überhaupt nicht. Ich muss irgendwie da eigentlich hoch und... Da gibt es irgendwie noch einen anderen Weg, der nach oben. Aua. Verdammt. Ähhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Was schlimm ist, ich krieg grad irgendwie ein bisschen Kopfschmerzen von diesem komischen Getuschel hier von den anderen Leuten, ne? Klingt dumm. Ist es wahrscheinlich auch. Aber ich kann es grad irgendwie nicht ändern. Das kotzt mich grad jetzt auch wieder minimal an, ne? Es ist so ne übelst dämliche Mongo-Mission, die... Oh mein Gott. Ich muss mal eben ganz kurz irgendwie denken. Das mach ich nicht oft. Vielleicht ist auch grad das Problem, dass ich nicht so oft denke. Aber... Ich hab ungelogen gar kein Plan, was ich grad machen soll. Also fangen wir nochmal ganz normal an. Also hier geht's ja offensichtlich nicht lang. Und hier kann ich auch nicht lang. Weil die Typen ganz behindert im Weg stehen und eine rauchen. Warum auch nicht? So, wie kann mich da sonst nach oben? Gibt's hier vielleicht irgendwie ne... Ah, okay. Siehste? Ah, ich muss nur mal nachdenken. Es gibt Kameras. Natürlich. Voll vergessen. Das war ja eins der supergeilen Spielprinzipien von dem Ding. Kameras. Ah, mein Name ist Default. Mein Gott, wer zieht dich an? Beruf? Schöner Hut. Okay. Ah, warum sieht das aus wie ein Hakenkreuz? Und warum seh ich das sofort als Hakenkreuz? Stimmt da was mit mir nicht oder mit dem Spiel? Ich kann's nicht sagen. Ähm. Ähm. Das überfordert mich jetzt. Das ist das Ganze. Und wer Angst verpasst. Ich bin ja, der Ehren. Das ist das Ganze. Das ist ein Problem. Das ist das Ganze. Und wer also mit dem Spielern schickt. Das ist dieConnellk Salem. Das ist das Ganze. Und da lernt. Hummm 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 Ah, warte mal, haha. Nee, oder auch nicht. Fuck. Äh. So, und so, und so. Und so. So. Ha. Äh. Moment, warte mal, da muss ich hin. Okay. What? What? Oh mein Gott. Warte mal, geht's hier auch noch? Ah ne, ich dachte, hier geht's auch noch lang. Ähm. Hä? Okay. Was ist das denn? Das bringt mir hier gar nichts. Hier sind Sachen, die mir nichts bringen. Aber warum? Was bringt mir das? Ich begreif's nicht. Äh. Hoppala. Äh. Das hat mir jetzt gerade auch nicht so viel gebracht, merke ich gerade, aber. Oder? Oh doch, warte, nee. Doch. Moment. So. Und jetzt. Äh. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. Nummer eins. Nummer zwei. Nummer drei. Oh oh. Nummer drei. Nummer vier. Habe mich voll verzählt jetzt, aber hat geklappt. Ach, ist er das? Das sehe ich jetzt erst. Boah, bist du ein hässlicher Vogel. Okay, das muss Deadmau5 sein, wenn er sogar DJ ist, alter. Ey. 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 Okay, ich sehe gerade nix. Aha. Ist abgehauen? Äh, ist abgehauen. Okay. Jetzt kann ich nach oben aufs Dach. Ah. Warum heilen meine Fußschritte so sehr? Wieso heilt denn das so übelst krass? Ist ja nicht normal. Moment. Äh. Besser was, ich mache die Musik mal doch an. Ähm. Ich würde mal sagen. Ähm. Ich sage, ich höre ja, wenn es lizenzierte Musik ist wahrscheinlich. Schätze ich mal, oder? Oh Gott. Überall Sniper? Okay. Okay. Wo muss ich hin? Irgendwie weiter hier lang. Schon wieder die Fixe. Die Typen sind teuer. Aber die Volk steckt bis zum Hals drin. Oh, aber doch, da komme ich runter. Okay, ich habe nur in Reichweite bleiben und Tibor heckt sich rein. Okay, alles klar. Jetzt hinter ihn her, wa? Die Volk muss irgendeinen High-End-Störsender am Start haben. Nicht erschrecken, wenn dein Kreppel nicht mehr geht. Versuch nicht, ihn auszuschalten. Wir dürfen die Daten nicht verlieren. Ich verliere ihn. Lock ihn raus. Ich tracke ihn. Warte nicht. Schnapp dir alle Daten, die du kriegst, wenn ich nah genug dran bin. Hä? Ich bin da durch ihn durchgefahren. Was, was? Zu weit. Okay. Ja, ich fahre ja schon näher ran. Bleib locker. Ich bin da auch schon voll nah dran. Also nein, eigentlich überhaupt nicht. Ich bin eigentlich eine halbe Meile weit weg, aber ich komme leider nicht hinter ihn her. Ich fahre wie ein Behinderte. Nein. Oh, Sonne. Oh. Meine Güte. Sechs Locks. Eine Menge Online-Erpressung. Ein Moment. Hier. Hier ist das CDOS. Alter. Wie fährt der Penner denn bitte? Ey, ganz ehrlich. Wow. Ist das lame. Komm schon. Hinterher, hinterher. Sind ich ja gerade mal 250 Meter. Ist ja nix. Wo ist er langgefahren? Ich kann nix sehen. Es ist viel zu dunkel. Ich glaube, er ist hier lang. Und ich fahre gegen alles gegen, was nur irgendwie geht. Das ist echt toll. Die Dinger hätte er gar nicht hacken können. Dafür war ich viel zu weit weg. Äh, dafür war er viel zu weit weg. Ist er ins Park rausgefahren, oder bin ich behindert? Äh. Wee. Oh. Tut mir leid. Ich habe mir gerade das Kinnig gebrochen. Ey, wenn ich so weit weg bin, wird das nie was. Oh, das ist auch so eine Scheißkarre, ne? Ich will meine haben, aber die kann ich ja nicht während der Mission rufen. Aha. Ich würde ihn ganz gerne von der Straße rammen. Hä? Hä? zu manipulieren, damit dieser Rushmore den Job bekommt. Korruption in Schikade. Wir überraschen. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Keine gefälschten Wähler. Sie haben echt verrückten Code benutzt. Keine Ahnung, was das ist. Oh Gott. Okay. Wo fährt er lang? Immer weiter geradeaus. Oh, ich könnte jetzt so schon was runterladen, wenn ich nah genug dran wäre, weißt du? Ich komme nicht mal hinterher. Zieht euch jetzt mal rein. Meine Karre ist einfach zu langsam. Komm schon, ein bisschen näher ran. Bitte, bitte. Ah, fuck. Und schon wieder zu weit weg. Geil. Cool. Geil. Ich habe durch die Sonne... Cool, meine Karre ist am Arsch. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Außer er wartet zufällig auf mich, was ich aber nicht glaube. Ne, ich glaube, das kann ich vergessen. Oh, Mann. Die Karre ist noch langsamer. Das ist doch echt nicht witzig. Ich finde es auch cool, dass ich die Brücken nicht hacken kann. Warum eigentlich nicht? Ich komme nicht an den Rahmen mit dieser langsamen Kiste. Das ist echt lächerlich. Das ist so lächerlich. Aber jetzt bin ich komischweise in Reichweite. Ich sehe ihn nicht mal, aber bin in Reichweite. Da hinten ist er irgendwo. Aber ich traue mich auch nicht auszusteigen und eine andere Karre zu rollen. Ich glaube, keiner braucht für diese Mission so lange wie ich. Nein, nicht gegen den Baum. Jetzt kann ich ihn ausschalten? Okay. BAM! Das hat zu lange gedauert für meinen Geschmack. Du verlierst den! Wen verliere ich? Stand da gerade Santiago und Bushido Remix? Ist da ein Lido von Bushido drauf? Bin hier irgendwie doch ganz froh, dass ich die Musik ausgeschaltet habe. Ha! 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 Nein, Spaß. Ich habe nichts gegen Sido. Dachte, das interessiert dich. Ich habe noch nie einen Auftrag mit so vielen Nullen gesehen wie dein. Die wollen dich wirklich, Kumpel. Neu ist das nicht. Nein. Vertrau mir. Das ist, was neu ist. Du hast wirklich jedem hier ans Bein gebisst. Du musst Chicago verlassen, solange es geht, denn die Fixer werden dich finden. Nur eine Frage der Zeit. Danke für die Warnung. Ja, ja. Du wirst sie ignorieren, aber ich dachte, ich versuch's. Okay, wie weit sind wir jetzt eigentlich schon mit dem Fortschritt? Ich habe es vergessen. Oh, wir haben echt schon vier Missionen gemacht. Wow, innerhalb von einer Stunde die Hälfte des Kapitels. Nicht schlecht. Hey, Kumpel. Gute Nachrichten. Ich glaube, ich habe doch eine Zukunft als Tontechniker. Hör mal rein. Du hast das Audio bearbeitet? Hör mal rein. Brent Alster, bitte im Büro melden. Brent Alster, Nicky's Anruf, kam vom selben Ort wie diese Ladsprecher-Durchsacke. Brent Alster. Das ist gut. Ich such mal nach seinem Arbeitsplatz. Okay. Da. Nicky ist da. Ich weiß es. Hör sie zurück, Bruder. Okay. Boah, wo ist denn... Hä? Bin ich behindert? Wo ist denn das jetzt? Ach, da. Äh. Oh, na gut, dann halt keine Schnellreise. Wie viel ist das? Drei Kilometer? Boah, fast vier Kilometer. Okay. Ich beeile mich. Oh oh. Die Polizei braucht vollen Zugang zu allen Daten, um diese Cyber-Terroristen von DeadSec aus ihrem Versteck zu treiben. Wir werden nicht ruhen, bis wir alle haben. Das war der Bürgermeister. Er hat in Ordnungskräften... ...ein toller Bürgermeister. Äh. ...zudem ich ja penne. Ich häng' fest. Ich hoffe, ich war gerade richtig. Aber eigentlich ja, oder? Ach, scheiße. Pass auf!